So Kinder, das ist jetzt die Konfetti-Kanone-Finale im Deutschland-Design von der Trend-Deko. Das Ganze ist ein Riesen-Party-Popper, 80 cm. Joa, gibt's nicht weiter viel zu sagen. Das ist die Drehrichtung. Lass knattern. Na, da kleine Deutschlandfahnen. Aber im Endeffekt gar nicht so viel Inhalt. Hier ist schon Schluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017